So Freunde, herzlich willkommen hier zur Vorankündigung einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts Geschichten aus Enepetal, denn wir wollen nächstes Jahr eine Ausgabe vor Ort, also quasi vor Publikum aufnehmen und das Ganze dann auch nochmal ein bisschen untermalen mit Musik, das ist klar, ein bisschen als Unterhaltung, aber und das ist auch nochmal ein bisschen was Besonderes, wir wollen dann auch alle bis dato aufgenommenen Personen einladen, das heißt, da kommen dann alle zusammen, die bis dato in den Podcast teilgenommen haben, plus diejenigen, die Interesse haben oder die zugehört haben, also generell natürlich jeder, der da offen ist, kann da dann vorbeikommen, ja, ist natürlich alles noch ein bisschen verfrüht, das heißt von der Sache her, klar, wir haben 2022, also ist noch ein bisschen hin, aber soll ein bisschen auch ein Ausblick sein, wie ihr wisst, da kommen noch ein paar Podcasts und alle diejenigen, wie gesagt, die ihr dann gehört habt, die kann man dann vor Ort auch nächstes Jahr treffen und theoretischerweise auch mit denen sprechen, das Besondere ist ja dann auch, wenn man dazugehört hat bei den Podcasts, dann hat man ja im Prinzip auch schon, sage ich mal, ein Stück weit ein Vorwissen, das heißt, man kennt die Person dann auch und kann, ja, ich sage mal, auch leichter ins Gespräch kommen, wenn man dann schon so ein bisschen was hat, also ein Thema schon weiß, was macht es auch alles ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen einfacher dann insgesamt für alle. Gut, dann sage ich mal, danke fürs Zuhören und höre euch dann mal bis zum nächsten Podcast oder bis zum nächsten Hubrik, die wir ja dementsprechend umschlagen. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.